Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Master Builders, Leute. Ich habe mir heute einfach mal gedacht, wir spielen nochmal eine Runde Master Builders. Und ja, Leute, wir müssen jetzt mal gucken, ob ich den englischen Begriff hier erraten werde. Erraten, das glaube ich, egal. Ob ich den kenne, damit ich den auch übersetzen kann und dann richtig bauen kann. Äh, ne, kenne ich nicht. Apple. Apfel, oder? Apfel, gut. Gut, Leute, wir bauen jetzt mal einen Apfel. Okay, Leute, mal sehen, wie die anderen so abgeschneiden haben. Ich denke, mein Apfel wird auf jeden Fall nicht so schlecht abschneiden. Was mir in letzter Zeit jetzt aufgefallen ist, dass wir viel weniger Zeit zum Bewerten haben. Ähm, so, okay, ja, da gebe ich, digga, das ist, das ist ein, das ist einfach, ein Apfelbaum war nicht, da war nicht die Rede davon. Ah ja, digga, der heißt schon, komm mal, was los. Okay, der ist, digga, da gebe ich sogar meinen, it's okay. Finde ich sogar gar nicht so schlecht. Aber, damit ich den gut gebe oder sogar meinen amazing, da fehlt mir irgendwas. Da muss man noch ein bisschen über den Tellerrand denken, irgendwie. Das, naja, der hat den schon gestecht. Digga, das ist absolut hässlich. Man baut sowas nicht mit Wolle. Mal ice up bleeding, digga. Mal ice up bleeding, digga. Sowas baut man einfach nicht mit Wolle. Das verstehen die Leute immer nicht. Man muss sowas mit Ton bauen, digga, ansonsten kriege ich... So, ice up bleeding, digga. Sowas baut man einfach nicht mit Wolle, digga. Könnt ihr euch gerne mal merken, baut man einfach nicht mit Wolle, digga. Das muss mit Ton gebaut werden. Sieht einfach viel, viel besser aus. Und außerdem sieht das nicht anders aus wie ein Apfel, digga. Wenn das so weitergeht, werde ich hier noch, digga. Dann könnte ich auf jeden Fall unter die Top 3 kommen. Wenn das hier so weitergeht mit denen. Ich dachte schon, ich wäre scheiße im Bauen. Ja gut, digga. Da gebe ich sogar mal noch ein Mäh, weil der hat wen. Ist noch an sowas Weißes gedacht. Digga, übel strenger Bewerter hier, muss los. Ähm. Werter irgendwie. Okay, der ist gar nicht so schlecht. Aber dadurch, dass es wieder mit Wolle gebaut ist, meh. Wär es mit Ton gebaut, hättest du von mir sogar ein It's Okay bekommen. Aber mit Wolle, ne, digga. Sehe ich nicht. Alter, die Leute überschätzen sich immer beim Bauen. Das ist auch sowas. Du musst den Apfel in einer gewissen Größe bauen, damit du den halt auch in diesen 5 Minuten schaffst. Du hast dafür nicht eine ganze Stunde Zeit. Digga. Das kapieren manche Leute einfach nicht. Pixelart, digga. Kann sich direkt vor Graben gehen und dennoch mit Wolle gebaut. Das Teil sollte hochgesprengt werden und nie wieder auf Maplex gebaut werden dürfen, digga. Digga, und du solltest dann wissen, die Band werden. Jetzt kommt meiner, äh. Was haben die denn hier so in der Hand? Mal Eisableding, fick dich. It's okay. Mal Eisableding, mal... Ja, ja. Auf jeden Fall, digga. Hm. Weil meiner ja auch so ist. Du würdest mich ja wohl verarschen, oder? Meiner war ja doppelt so gut wie deren. Alter. Leute. Das kannst du... Leute, das könnt ihr mir echt nicht erzählen. Das ist so eine Scheiße. Na gut. Ver gues. Dasってfיר. Ich rufe.